Es gibt keine Ausreden für schlechtes Essen, auch nicht in einer Zombie-Apokalypse. Ich bin Felicitas Thänen und möchte der Your Turn Jury beweisen, dass Survival Horror und Gummiküche sich nicht ausschließen. Mit The Walking Dish wollen mein Team und ich eine Serie schaffen, die sich einzig und allein mit einer Frage beschäftigt. Wie kann ich nicht nur überleben, sondern auch noch kein Essen? Weißt du es? Das dachte ich mir. Ob alte Konserven, Dosen, wilde Beeren, Kräuter, Pilze. Die Koch-Apokalypse bietet ein reichhaltiges Angebot für die Genussküche von übermorgen. Lecker! Achso! Das Ganze nehmen wir natürlich mit ganz viel Gewalt. Neun Bösewichten. Und diesem großartigen Axt-Plattiergerät. Sie haben richtig gehört, ein Axt-Plattiergerät. Damit kann man hacken und stampfen, kochen und töten. Genau wie The Walking Dish eben. Also, hell mit der Kohle, dann kann unser gemeinsames Abenteuer beginnen. Achso, unseren Wies gibt es natürlich auch jede Menge. Ich bin ein Axt-Plattiergerät. Again, du���, das war nicht. Das ist eine gutearound.